Herzlich willkommen im Future Art Lab der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Im Herbst 2020 konnte der in mehrfacher Hinsicht außergewöhnliche Neubau am MDW Campus bezogen werden. Die Filmakademie Wien, die Institute für Konzertfachklavier sowie Komposition, Elektroakustik und TonmeisterInnenausbildung, die Abteilung für Kammermusik des Josef-Heiden-Instituts und das Artistic Research Center haben darin ihr neues Zuhause gefunden. Das Bauwerk ist akustisch, technisch und räumlich in High-End Standards ausgeführt und schafft mit modernsten Tonstudios, Regie- und Schnitträumen, Konzertsaal, Klangtheater und dem Arthouse Kino optimale Studienbedingungen für die Studierenden der MDW. Hier befindet sich eines der weltweit größten in Tonstudio-Komplexen existierenden Audionetzwerke. Sämtliche der zwölf Regieräume und sieben Aufnahmeräume, das Arthouse Kino und grundsätzlich alle Räume am MDW Campus sind über unzählige Audiokanäle miteinander verbunden. Der Konzertsaal bietet eine optimale Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Eine ebene Bühnenfläche sorgt für eine flexible Konzertsituation und der Saal bietet Platz für 99 Besucherinnen und Besucher. Einzigartig in der Wiener Kulturlandschaft ist das Klangtheater. Im Vollausbau dient es als multifunktionaler elektroakustischer Konzert, Experimentier-, Forschungs- und Proberaum für verschiedene Bereiche, insbesondere für elektroakustische Musik, Akkusmatik und Live-Elektronik. Das Arthouse Kino eröffnet der Filmakademie Wien als hochwertig ausgestatteter Aufführungs-, Veranstaltungs- und Produktionsort neue Möglichkeiten. Direkt im Kino ermöglichen Arbeitsplätze für Farbkorrektur sowie für Tonmischung, den Studierenden ihre Filmproduktionen unter optimalen Bedingungen fertigzustellen. 45 Lautsprecher sorgen mit Dolby Atmos Sound für einen perfekten und präzisen Klang. Interdisziplinäre Wechselwirkungen, neue Synergien zwischen den Instituten und ein lebendiger Austausch sind vorprogrammiert. Bis bald im Future Art Lab der MDW. Däremien im Future Art Lab. Däremien im Future Art Lab. Däremien im Future Art Lab. Vielen Dank.